In diesem Video zeige ich dir, wie du in Logic Pro spannende Time-Stretching-Effekte machen kannst. Also wie du Audio-Material zusammenstauchen oder auseinanderziehen kannst, zum Beispiel der Tape-Stop-Effekt oder ein Speed-Up-Effekt. Und ich zeige dir, wie du das Tempo von externen Samples an das Projekt-Tempo von Logic anpassen kannst. Kein langes Gerede, geht gleich los. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. So, ich habe viele Fragen zu einem Video bekommen, das habe ich vor zwei Wochen gedreht. Da ging es um Tempomanöver und da habe ich so ein paar Sachen schon gezeigt, die sich speziell auf das globale Tempo von Projekten in Logic beziehen. Und jetzt habe ich aber öfter die Frage bekommen, ja, wie geht eigentlich dieser Tape-Down-Effekt in Logic oder wie kann ich das Tempo verschnellern und wie kann ich zum Beispiel MIDI-Spuren stretchen und so weiter. Das heißt, es sind einige Fragen offen geblieben und die klären wir hoffentlich heute alle. Wir legen mal los mit dem ersten Beispiel und das sind Tape-Stop- oder Speed-Up-Effekte. Das geht in Logic eigentlich ganz einfach, deswegen hat mich das gewundert, dass es noch so viele gefragt haben. Ich habe hier als erstes Beispiel einfach einen Kühlschrank aufgenommen oder das Sample von einem Kühlschrank, der offen ist. Das habe ich mir gezogen und das klingt so. Ich hoffe, keiner kriegt jetzt Hunger, okay. Und solche Geräusche sind ganz gut, um sie für Sound-Effekte zu missbrauchen. Das Erste, was du jetzt machen kannst, ist ein Speed-Up- oder Tape-Stop- oder Slow-Down-Effekt. Und das probieren wir jetzt. Das geht in Logic ganz einfach. Zunächst mal arbeitest du hier mit dem Fade-Werkzeug. Das heißt, ich werde hier zwei Fades einbauen und zwar am Anfang und am Ende. Und was jetzt zunächst mal passiert, ist einfach nur, dass dieses Geräusch hier eingefadet wird. Und am Ende wieder ausgefadet wird. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig spannend und deswegen können wir hieraus aus diesem Fade-In einfach einen Speed-Up-Effekt machen. Den findest du hier im Inspektor. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber ich finde es hier am einfachsten. Du siehst hier Fade-In und aus Fade-In kann ich jetzt einfach Beschleunigen machen. Das ist jetzt hier der Erste. Und der Fade-Out hier drüben, das ist der hier. Aus dem mache ich jetzt einfach einen Verlangsamen. Und du siehst schon, dass sie sich so ein bisschen verfärben. Und was jetzt passiert, ist, dass der Kühlschrank oder dieses Geräusch von langsam nach schneller wird und von schneller wieder nach langsamer wird. Also gerade für Soundproduktion, für Games oder sowas ist das interessant. Du kannst diese Kurve auch verformen. Und zwar indem du nicht hier oben anfasst, sondern ein bisschen weiter runter gehst, siehst du, wie sich dann hier das Symbol verformt. Und jetzt könnte ich zum Beispiel den Speed-Up langsamer machen. Und ich könnte hier den Slow-Up schneller machen, je nachdem, wie man es sieht. Oder hier auch langsamer. Und dann klingt das so. Also kann man interessante Sachen damit machen. Und das kannst du jetzt natürlich nicht nur mit solchen Geräuschen machen, sondern mit jedem beliebigen Instrument oder auch mit einem ganzen Track. In Beispiel 2 geht es jetzt darum, eine Audio- oder MIDI-Region zu stretchen, also auseinander zu ziehen oder zusammen zu stauchen, also kürzer zu machen. Und auch das geht in Logic wirklich sehr einfach. Wir holen uns mal diesen Drum-Loop hier erst an. Und so weiter. Was du jetzt machen kannst, ist, wenn du hier ans Ende einer Region gehst, und zwar rechts unten, dann siehst du dieses Symbol. Ich mach das mal hier weg. Das sieht wie diese zwei geöffneten Klammern aus. Und das ist eigentlich dafür da, um eine Region komplett auseinanderziehen, komplett rauszuziehen auf ihre komplette Länge, also alles, was aufgenommen worden ist. Wenn du jetzt aber hier die Option-Taste gedrückt hältst, dann siehst du, wie sich hier unten das Symbol verändert. Und wenn ich jetzt diese Region hier auseinanderziehe, dann siehst du, dass ich sie so weit ziehen kann oder über dieses komplette Feld hier oder über dieses kompletten Takte ziehen kann. Also vorher war der Loop zwei Takte und jetzt hat er vier Takte. Und schauen wir mal, wie das jetzt klingt. Und du hörst, dass er sich nicht verstimmt. Also der Pitch bleibt der gleiche. Ich kann das jetzt natürlich auch andersrum machen, in die andere Richtung. Ich kann ihn jetzt hier zusammenstaufen. Das heißt, dass er schneller abspielt und dann klingt er so. Was du wissen musst und dass es wichtig ist, dass das mit Apple Loops nicht funktioniert. Also das ist jetzt hier ein Apple Loop. Und wenn ich jetzt hier wieder ziehe über meinen Tastaturkursbefehl und ziehe den einfach länger und lasse dann los wie bei dem anderen auch, dann springt er wieder zurück. Warum? Weil Apple Loops automatisch sich an das Projekttempo anpassen. Das heißt, um Apple Loops brauchst du dir Stretching-technisch oder Tempoanpassungstechnisch keine Sorgen zu machen. Sowohl Audio Loops als auch Pattern Loops, Drummer Loops. Alle Apple Loops werden sich automatisch an das Projekttempo anpassen. Im nächsten Beispiel zeige ich dir jetzt, wie du einen externen Loop, also keinen Apple Loop, ganz schnell an das Projekttempo von Logic anpassen kannst beziehungsweise ganz schnell dazu bringen kannst, dass er dem Projekttempo von Logic folgt. Ich habe mir jetzt hier ein externes Sample einfach auf den Desktop gelegt. Das ziehe ich in mein Projekt rein. Und jetzt ist es so, dass ich hier Tempo 120 habe. Das ist mein Projekttempo. Und der Loop ist hier glücklicherweise auch 120 BPM. Das heißt, er läuft jetzt ganz normal. Ich kann mal den Klick dazu einschalten. Okay, soweit so gut. Was aber jetzt, wenn du das Projekttempo ändern möchtest? Ich mache es jetzt einfach mal. Ich ändere das Projekttempo. Ich möchte es gerne schneller machen. Ich mache es mal hier auf 135 BPM. Wir lassen den Klick wieder dazu laufen und schauen mal, was jetzt mit diesem externen Audio Loop passiert. Und das hat leider nicht funktioniert. Das heißt, wenn du einen externen Audio Loop hier in das Logic Projekt reinziehst und das Tempo veränderst, wird er nicht folgen. Und das ist natürlich trist. Und dazu habe ich ganz viele E-Mails bekommen. Wie kann ich das denn machen? Mit einem kleinen Kniff ist das möglich. Und zwar ist dein Freund hier die Flex and Follow Funktion. Ich gehe hier also auf das Flex Symbol. Das ist hier oben. Und blende Flex einfach zunächst mal ein und aus. Und jetzt gehe ich hier unten auf meine Spur und mache hier auch Flex an. Und ich habe jetzt einfach hier automatisch gewählt. Und da siehst du, dass er mir hier schon die Flex Marker reingezogen hat. Das heißt, er trennt oder markiert zumindest jetzt erst mal das Audiomaterial an den Transienten, damit er es besser erkennt. Und was jetzt passiert, wenn ich das Projekttempo hier verschiebe, dann siehst du schon, der Loop bewegt sich jetzt nicht mehr. Du hast gesehen, vorher hat er sich so komisch verstretcht oder ausgedehnt. Und jetzt läuft er im richtigen Projekttempo, auch wenn es schneller ist. Wir hören es mit dem Klick nochmal an. Und damit ist die Sache gelöst. Ich muss dazu sagen, wenn du extreme Temposchwankungen jetzt hier einbaust, bekommst du irgendwann Artefakte. Also wenn du weit über 20 BPM oder sowas stretcht, dann kriegst du irgendwann Artefakte und diese externen Loops klingen komisch. Ja, das muss ich dazu sagen. Übrigens, wenn dir diese Tipps bisher gefallen haben und du arbeitest vielleicht noch nicht so lang mit Logic und möchtest gerne wissen, wie kann ich Logic besser an meine individuellen Bedürfnisse anpassen, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da habe ich dir nochmal zehn weitere Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst und wie du Logic für dich besser personalisieren kannst, damit es genau so funktioniert, wie du es gerne möchtest und wie es zu dir passt. Also, Logic Workflow Checkliste, zehn coole Tipps. Habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du sie dir runterladen. Und jetzt möchte ich dir gerne noch einen Bonus-Tipp geben und zwar geht es hier um MIDI-Spuren oder um MIDI-Loops und wie du mit diesem Time-Stretching im Arrangement arbeiten kannst. Das ist nämlich eine ganz coole Funktion und wir missbrauchen jetzt die Time-Stretching-Funktion so ein bisschen. Wir hören uns die Performance erstmal an. Okay, jetzt kann es natürlich sein, dass dir das Arrangement nicht so ganz gefällt und du möchtest es ein bisschen verändern. Und da ist dieses Time-Stretching oder diese Time-Stretching-Möglichkeit in Logic auch richtig cool, weil wir können natürlich auch MIDI-Loops jetzt mit diesem Option-Drag-Trick verlängern oder verkürzen. Vielleicht erinnerst du schon, um was es geht. Das heißt, ich kann jetzt natürlich, wenn ich sage, hm, der erste Akkord, den möchte ich mal anders probieren. Ich ziehe den mal hier um die Hälfte kürzer und ich möchte, dass dieser Akkord hier länger erklingt. Dann möchte ich, dass dieser Akkord hier kürzer erklingt. Ja, und wir gehen hier mal noch mit einer Sechzehntel rein. Dann kannst du hier dein Arrangement von MIDI-Spuren ganz schnell verändern, ohne da irgendwie im Piano-Control rumfummeln zu müssen. Hören wir mal rein. Cool. Also ich finde, da kannst du, wenn du dir nicht sicher bist oder irgendwie gefällt dir so eine Spur noch nicht so richtig, kannst du einfach ohne groß nachzudenken, hier mit diesem MIDI-Time-Stretching-Algorithmus hin- und herfahren und kannst ganz neue Arrangements gestalten. Jetzt natürlich die Frage an dich zum Schluss. Hast du diese Möglichkeiten hier gekannt? Arbeitest du viel mit Time-Stretching oder machst du Remixe? Für solche Leute ist das natürlich interessant. Das würde mich interessieren. Schreib mir das bitte mal unten in die Kommentare. Ansonsten schicke ich dir wie immer viele Grüße aus dem warmen Alicante nach Deutschland. Wir sehen uns und bis bald!